moho leute und herzlich willkommen zu einem neuen folge abschied zusammen mit den kleinen selby ja ist fast dasselbe so freunde ich werde bei musik auch mit musik kann ich gut auspassen wollen sie hin naja bin ich was dauern ob eine bruchlandung gemacht komplette bruch eine heilung sieht bitte sagen auch heilung gehört aber ihr schmerzmittel gott nämlich nimmt es mit und trinkt können sie es geht hallo nicht auf die eier gucken vielen dank mir bitte vielen dank bitte habe ich auch gesagt schon du hast gesagt hier irgendwas als an und bitte oder ja bitte habe ich gesagt es ist das kenne ich ja auch keine erfahrung mit noch nicht hat nur ist mir geantwortet nur gelesen auch gut so wie doch mal was noch nicht mache ich ja nicht nur lesen naja wenn du saub bist es wurde anders ja also ist doch dasselbe zum druck war nicht naja nur am essen schiff also hat hunger erfahrt nie mal was doch essen da bei dir naja schon wieder kalt lecker kalt es na danke ich möchte scheiße dann gibt es mir ich es ist gar kalt warum ich es ist gar nicht kalt schmeckt doch gar nicht kalt kann ich mir nicht vorstellen kann sie hilfe haben sie gerne ruhig her bleibt oder sucht mal ein auto was wir fahren können verstanden verstanden ja gut will ja auch hoffen freunde wenn es euch gefällt lässt gerne ein like ein abo da ja die videos lade ich zwar hintereinander hoch aber ich werde es auch mal teilen also dass jeden tag eins kommt weißt du wie ich das meine ja komm mit lass abknallen komm mit warte ich brauche kurz siegertsflug so paul berger limo am stoff so ein bullshit müsste ich mal bei welchen mal bestellen zeigst du auch schon wieder an damit ich schießt da ich gehe ungünstig da aber hat nicht getroffen hast du geschossen ne ach warte ich sehe es ja ja ich sehe ihn ach nee ist ein sturm ging vor meiner aktsfrisse hoch das war aber nicht ich ne ich weiß wer das wort das war der gegner der hier und ja hier guckt ja hier guckt ja heute von auf ich würde dir immer blutschippen nehmen und die dann woanders rein tun einfach wenn die müller mal werfen was einfach nur werfen geht ja nicht wir wollen schmeißen ja dass die leute suchen darf kannst du mitnehmen das ding habe ich schon siehst du ja ich will es ja dann vertauschen einen anderen gegner also wenn man nach unten guckt lass mal liegen mal gucken ob es jemand auffällt wenn jetzt ein teammitglied auch tot ist dann hat er pech dann aber komplett pech also ein oder die spawnt dann ist es auch tschüss ja wenn man die spawndes zeug auch es ist damit machen nein ernst habe ich auch gemacht 我吃了 oder die spawndes tschuh ja với los, kommu mal, weil er war hier gegen arzt ok hast du mich nicht laut ich bin schon wieder ok in das ja ja hab's gehört haben nicht getroffen um ruhig zu mir die sehen dich nicht das ist schlecht na ja nur wenn du melde kann dann wer gebannt werden also ich bin ich nicht will wenn du das melde ist also kannst ruhig runter springen weil die anderen gegner mich mal gemeldet ist abweist aus was den katholus bringen spring ruhig runter ja wenn ich nur aus was ihnen andere gegner getroffen hatte und tot waren ja da hat er mich gemeldet und dann wollte ich zwei tage nicht spielen aber das war nicht ein team gewesen oder doch na das war mein team weil ich aussehen getroffen hatte ach so kann man sich überhaupt gegenseitig abschießen das finde ich kacke da oben ich komme ich gehe von links haben sie markiert und hat die gegner sie kann ausrufe zeigen als eine gestalt da oben das ist ein gegner soll ich dann abschießen nee was hier das ausrufe zeichnet was du nicht was du gesetzt hast doch jetzt sehe ich das ausrufe sei denn nur oben kompass oh oh schieß ihn ab hab ihn du bist tot und ich hab ihn gegner warte warte wattest du kurz ja ich nehm gleich den loot chip mit der holt einfach runter warte ich nehm erste hilfe sit tschüss also ich habe sieben enger zieht links oder kurz warten wir dürfen jetzt nicht rum dann suchen wir müssen gleich wegrennen ein du dich aber hast du mal egal ich habe nichts zu malen warte hier nimm ja ich habe die sachen bitteschön dankeschön bitteschön danke geht habe ich auch gesagt du hast dankeschön gesagt dann ist doch dasselbe oh nein guck mal hin doch wieder ja die zone kommt nee nicht alles guck mal oder was meinst du dann sturm da kommt ein sturm schon wieder äh die zone ist da ein auto irgendwo die ohne reifen gehen nicht zu fahren da eine klaut unser auto ich hab grad ein auto gesehen ach da vorne sehe ich noch einen das ist ein gegner auch ich weiß nicht ob der oben ist hoff drücken wir bitte die daumen dass wir damit fahren können nein ne war ja kein ralf was 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 für ein rohring müssen wir dringend in die zone sag ich doch der ist oben der ist da oben der bewegt sich sehe ich nicht jetzt auf einmal ich schon der ist da oben glaub ich irgendwo her was ist er da was ist er da was ist er da oh ja 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 er kann sich halten nimm du den ersten warte schmerzmittel habe ich zwei jetzt auch bei dem drin einmal was euch das nehmen das schmerzmittel nach schmerzmittel nimmst du ein hast dann und lass gleich über weg können ich bin flügel ohne auto oh man holst doch nie meine aufnahmen ich sehe ein auto gut ich hätte ich werde mit dir das ist nicht wert und ein sand sturm das ist links um doch der auto kann fern oder ja frankstoff hat er noch jetzt gibt es rückummi besser ist das ich darf kein quatsch jetzt machen wenn wir raus sind dann lass mal kurz aber weiter in die nächste zone was leicht das schnellste auto mitnehmen aber ouch warte ich muss mich kurz heilen mensch mann wir zwei regeln uns auf so hier guck ja das wird seine du bloß nicht teilen und dann wird er sein saft nicht teilen eine verschämtheit und verschämtheit f*** dich ui f*** ja genau ui das dauert zu essen guck ui ich will nichts essen so will ich nicht ist es und ui zu du 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 Ich habe hier. Ach, hab's. Oh Mann, ich meinte nicht in der Mitte. Ui, Eier. Bisschen hart aus Stein. Ja, ja. Meine. Ja, das glaube ich zu Zucker. Mann. Kannst du mich auch mal einladen zum Essen? Nö. Kommt gern vorbei. Kann meine Mutti auch mal mitkochen? Ui. Wer ist denn der junge Mann da? Ne? Aber ich weiß gar nicht, ob ich mich ein junger Mann nennen würde. Na? Ich weiß gar nicht, ob ich mich ein junger Mann nennen würde. Ein alter Mann. Äh. Rauspringen. Welch muss da? Ja. Ja, genau. Weiß, links. Ja, genau. Sag da einfach die Koordinaten oben, wenn du keine Markierung setzt. Ja. 35. Oder südwestlich. Südum im Kompass. SE ist es. SWE. SE steht bei mir. Ja, es ist südöstlich. Komm einfach mit. Ist aber nicht südöstlich, Meister. Ui. Ui. Klatsch. Na genau. Darf ich dich küssen? Ui. Dann Eier. Ui, Eier. Ja. Das sieht nachher aus. Alter. Drecksschmerz. Was sagt er richtig? Ja. Hast du einen Schluck auf? Ja. Gerade. Fick dich. Ui. Ui. Genau. Weißt du was ich hier hab? Buff. Ne, Minigun. Wenn du grüne Waffen siehst, die brauche ich. Äh, die grüne Munition. Äh. Boah, ne. Der ist da hinten. Ja, ist es. Der ist draußen. Der wird hier auch nicht folgen, die Siegel. Ey. Konnt ihr nicht ballern. Der Wohrensohn. Na, ich muss ein bisschen Beleidigung aufpassen. Geschissen. Ja, YouTube sperrt das sonst. Ich darf den nicht. Wotan, wotan. Dieser. BEEP. Ja, genau. Du. Zum Beispiel du. Ja, genau. BEEP. BEEP. Ja, genau. Das mag Twitter nämlich auch nicht so. Aber wie kann das sein? Das Spiel läuft jetzt extrem flüssig. Im Stream hat's gelackt bis zum Umkippen. Boah, eine volle Pulle. Ich hab jetzt alles auf Ultra geknallt. Ich hab jetzt alles auf Ultra geknallt. Wie ist der Dings? No. Ja. Ja. Oh, die Ender ist nicht so hoch, dass das Bild da durchlackt. Da hab ich in Fortnite auch schonmal. Aber nun wirst du nicht. Also das nicht am Spiel direkt liegt, also nicht am Lechner, sondern dass der Ender ist. Ja, das dritte lang, sagen wir auch nicht so schnell. Warum? Und was schnell? Versteht man doch. Versteht du was? Nö. Siehst du? Ich rede doch nicht schnell. Oh, ich wollte gerade lesen. Was soll ich denn lesen? Bin klar, wenn ich dich hier befördere. Ui, beför... Nur am Essen. Das sagt der Richtige. Nein. Der am Nudeln Essen ist. Öh, was meine Nudeln... Was? Was hast du gegen meine Eier? Hä, was meine Nudeln in Ruhe hab ich gesagt. Ja. Was meinst du mit Eiern? Hä? Du kommst jetzt auf Eier. Dann lass meine Eltern in Ruhe. So rum. Nein. Will auch was. Was? Will auch was. Nö. Oh. Ah! Ah! Warte, von unten treffe ich ihn das Loch. Ui, das Loch. Ich treffe sogar in die Meter. Und rein stecken hinten. Warte, das krieg ich auch noch hin. Warte. Kannst du dazu gucken? Hä, guck. Baby. Warte, guck. Baby. Warte, guck. Baby. Ja, kannst du machen. Kannst du jetzt im Flugzeug machen. Kannst du jetzt im Flugzeug machen. Ja. Tschüss Hose. Tschüss. Aber alles. Sagst du in die Hose? jetzt. Du hast ja eine Entsteckung geschmissen. Ach doch, ich bin nackt. Ui, nackt. Auf die kompletten nackt? Leider. Da müssen wir ihn. Nach mir. Ja genau da hin. Nein. Sie kann eine Matierung. Hey, äh. Ey, häh! Hey, häh! Hey, häh! Da ging, häh! Ja, ne! Da ist man häh! Wagonhalle Wagon Tü 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 Oh, wird geschossen direkt Weißt du was ich gefunden habe? Eine Minigun Hahahaha Hast du einen? Nee, da haben wir den Fenner mit abgeschossen, das Arschloch Machst du das? Nee, sammeln meine Muni alle Dann war der Gegner das Gegner Was? Hat sie das hingeschmissen? Doch, da ist ein Gegner, sag ich doch Ich kam von hinten Hab ihn Nee, das war ich Oder, nee, du Los Kille ihn, Kille ihn, Kille ihn Achtung AHHHH Du sollst dir den Spaskel Hätte ich eh keine Chance gehabt, wenn er noch mehr gekommen ist Du Du BEEP Ja genau BEEP 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 Freunde, wir machen auch ein 24 Stunden nur mit Fortnite Ja, na klar Haben wir doch fast Augen gemacht mit Partie Dann kriegen wir aber was für den Zuschauern was geschenkt dafür, ne? Dann kriegen wir was für den Zuschauern geschenkt Warum? Für was? Ja, dass die 24 Stunden Fortnite sehen Warum sollen die was bekommen? Die sollen uns was geben, meine ich Achso, ja Witzbult Witzbult Und nicht wir den Wir geben ja den Stream Witzbult Einfach 24 Stunden Fortnite Ja 24 Stunden vor allem, ne? Zwinker, zwinker War nur 20 Ich gepackt Ja, wie gestern Na und Das ist so'n großen Unterschied, macht's auch nicht viele Stunden Naja Sind trotzdem keine 24, 120 Stunden Ja, und? Aber Macht doch keinen großen Unterschied Mh, doch Ende Ich hab schon lange keine richtigen 24 Stunden mehr gemacht Oh Ahja Woran liegt denn dat? Ich hab's auch schlafen Ich hab's auch mal schlafen Hallo? Ja? Woran liegt denn dat? Was? Warum? Na Ich hab's auch mal 24 Jahre gemacht Hallo, ich werd doch alt Ich hab's auch mal schlafen 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 Aha, Schwächen Ja Frenkel frottelt heute Let's play um sie Doch Eher in die Futterluke, ne? Boah Soll ich jetzt den Knaller zünden? Zünd den Knaller Irre Oh, nee Kommskredit, gut spawnen Wusste ich mir der Wolters ins Lagern und hab die von hinten genommen Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau Wie ist das? Heute im Studio Viele Gamer Den Knall Die 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 Kann ich essen Warum? Drei Kletcher Du Hast, Du hast es mit dem Letzte? Ja Ja, glaube ich du sogar mal Röööööööö Ich will füttern durch louis voraus und ich mache es so lange die handanlegen mussten das salz ich glaube ich muss mal 20 ins bett für den samstag nächste woche warum samstag wenn ich da 24 machen samstag ja nächste woche also diesen samstag wenn wir es bei mir ja ich finde ja warum nicht ja ich bin ja nicht bei dir du bist ja nicht bei mir gelandet noch bin ich naja ich werde doch alt das ist doch mal langsam merken was es gehört ja ich habe noch keine waffe ja ich auch nicht mir geht sie besser dachte bei mir ist geknalle bin noch nicht sind sind schlicht geworden mitten noch nicht klatsch sind sie finde ich gewohnt nach dem zieht warum schicken ach ne so und wir werden kommt was sind sie es angekommen kommt ich höre wie nö ne waren noch jetzt komme ich da ist ein gegner vor der tür ja sagte ich ja ab 1 das war die nicht gehört habe ja 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 nee warte lass ihn mich nehmen lass mich nehmen aus dem fenster ich gehe aber in abend da ist ein fenster oben ach natürlich ich bin профессionen jetzt去 das明白 4 4 ACTION 4 10 jetzt wo du el das le du Prediger bitte! Nein! Nein! Nicht so tief! Klatsch! Chantal! Ja? Oh leise! Keine Spende bitte! Keine Spende! Keine Spende! Prediger keine Show! Nicht so tief! Nicht so! 3 Euro Sälchen! Wofür? Dafür, dass du zu spät gekommen bist! Ich glaube, hackt bei dir der! Ready! Keine Show! Die Lidia! Die Lidia! Die Lidia! Die Lidia! Die Lidia! Hozo muss improvisieren! Doch die Schranke möchte nicht so wie Hozo! Dauwlein! Halt das jetzt hier an! Mir wird kotzübel! Das ist ja widerlich! Mann! Wo haben sie denn ihren Führerschein gemacht, junger Mann? Mann! 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 Nicht so tief, Rüdiger! Nicht so tief! Habt den Führerschein! Rüdiger bitte! Nein! Wird mal jetzt hier ohne Schock gefrostet! Oder was? Das ist eine Kälte nicht zum Aushalten! Im Dunkeln ist gut munkeln! Könnt ihr mir das Licht da machen? Ich würd dir ja was lesen! Boah, ist das eine Hitze! Da kriegst du ja Sohleier! Sohleier! Der bringt die Kino her! Freude bei der Arbeit ist ein Mist! Ich fahre nicht im Bus! Ich fahre nicht im Bus! Ja, Text müssen wir mal lernen, wir beide! Hm, ja! Ui! Gebeite! Nächste Woche sind wir beide dran mit Lead-Kontrolle! Den ganzen Text! Wir zwei machen dann Lead-Kontrolle nächste Woche! Wenn wir live sind! Ja, natürlich! Bist du dabei? Ja? Okay, gut! Abgelehnt! Was, wenn nicht? Dann gibt's ne Bestrafung im Fortnite! Och, ne! Oh, doch! Hast du dich? Was? Nix! Hab'n Clip gemacht! Wollte sagen, ich mag dich! Ja, ja! Du hast mich! Ich hab's gehört, was du sagst hast, du hasst mich! Nein! Ja, ja! Clip sagt was anderes! Egal! Der sagt! Soll ich das hochladen? Nein! Ist es dir dann auch noch egal? Nein! Echt gedacht! Schon! Ich wollte sagen, ich mag dich! Ah, ja! Der wird's auch da gut! Ich sag aber dann, der aus! Wenn er das hört! Dein Verehrer, Shelby! Ne? Ja, genau! Sag ihn nur! Dein Verehrer! Klatsch! Schön vor die Wand! He. He! Das ist auch gegen Wannen geklatscht! Katsch! Warte, lass mal! Kontakt! Hö! He! Diebe! Fick dich! Ui! Fick dich! Fick mich! Du bist nicht lustig! Hahaha! Siehst du, dass ich lache? Haho HI! ich war immer roni nein doch olive layered weiss das es nur spaß ist bei mir weiß man sie nicht klatsch klatsch erst jetzt reicht es aber auch langsam haben sie jede scheibe kümmer mache ich doch was ich glaube sie haben die scheibe vergessen hier oben gleichzeitig auf einmal machen dann springt du raus klatsch me please jetzt sehr witzig du fragst mich wann sind sie ganz oben oder was ja ich komme aber runter klatsch 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 man hat alle fensterscheiben kaputt da mein spiel kurzzeitig gelangt ich mache darüber nicht so tief nicht so tief nicht so tief rüdiger was wer war dort ein gegner ich mache nur mein job hier komm jetzt einfach nicht dahin gehen ich gehe durch ein fenster ist kurzer weg nicht so tief nicht so tief rüdiger nein rüdiger bitte mach doch doch gleich das lange mit kürzen fängt doch mit gern eindeutig eine störung was mir gut zusammen mein baby akzeptiere ich so das ist was ganz neues vielleicht hast du auch recht dass ich ein baby bin hast du die scheibe kaputt gemacht nein wir kommen da ja natürlich ich kann mich selbst beleben was ja was dabei gehabt warte ist mal kurz mit kannst du meinen clip machen wovon nach wie du dich selbst belebt hattest ja ich habe ein gerät dabei gehabt ja jetzt kann man auch sammeln selbst aed zum wiederbelebnis gerät wo lag das auf dem dach du gesundheit danke das war so ein rotes kästchen kist kitzchen wieder lebenszeit reist wie ich einfach von hinten kam bei den gegner genau bam 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 das hier versucht mich um zu bringen schafft aber nicht oder was nö waren sie hilfe ja oder nicht es sind alle tot kann es aber trotzdem her kommen das sage ich nicht nein was denn das habe ich nicht nein ach so ich dachte wegen psscht das habe ich gefragt was denn heute psscht wer macht das oh ähm 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 ja gut sind jetzt tot zannenbaum geworden hier Mr. Tannenbaum Tannenbaum oh Tannenbaum oh Tannenbaum wie grün sie ne warte oh Tannenbaum oh Tannenbaum deine Oma sitzt auf dem Tannenbaum ne Alex Louis sitzt auf dem Tannenbaum Louis sitzt auf der Spitze ne Alex schon reinstecken schon reinstecken hinten die Tannenbaum nö oder bei Louis ja er bei Louis nicht bei Alex der war da frech was ihm gefällt das doch Louis gefällt das doch oh wie du oh Tannenbaum oh Tannenbaum da sitzt der dumme Alexa oh Tannenbaum oh Tannenbaum oh Tannenbaum wie grün sind deine Blätter ähm warte mal kurz ich frag mal meine Tante ob sie das singen kann Och ne sing mal oh Tannenbaum ok wenn du darauf bestehst alle meine Händchen schwimmen auf dem See schwimmen auf dem See Köpfchen in das Wasser Schwänzchen in die Hülle ui aber nicht Oh Tannenbaum ne es geht aber anders als Oh Tannenbaum liest sing Oh Tannenbaum Oh Tannenbaum und den ganzen Text natürlich gerne also ähm ok los geht's ich muss nur kurz den Frosch im Hals loswerden singen ist viel schwieriger als ich dachte Oh Tannenbaum Oh Tannenbaum singen nein natürlich gerne also ähm okay ich muss sagen glaube ich das soll Spiele Oh Tannenbaum ab oder sowas Spiele Oh Tannenbaum ab ich konnte Oh Tannenbaum was Spiele Oh Tannenbaum ab Spiele Oh Tannenbaum ab in deiner Apple Music Media Tag finden und du hast mich bitten einen Radiosender zu spielen oder Musik von einer anderen App wieder zu geben Spiele Oh Tannenbaum von Spotify kannst du auch sagen Spiele Oh Tannenbaum von Spotify ab ich muss dafür auf deine Spotify Daten zugreifen ja dann muss mein besser ein Moment ja genau hey hey das hält noch nix da solltest du was ach ist doch egal dafür läuft meine Musik nicht mehr bei Spotify auf dem PC ja da läuft ja so Tannenbaum läuft warte vorhin wir haben mal kurz ein Coverloid Music aber nur kurz warte lass bleiben was oh wir müssen in die Zone O Tannenbaum O Tannenbaum O Tannenbaum O Tannenbaum O Tannenbaum und soll ich irgendwie ein Lied Text auswendig zu lernen hä das machen wir weiter und wir bringen uns das und Luis darf es dann bewerten na klar als wenn ich mich ja zum Affen mache vor dem ja und dann wer nimmt auf na ich wie soll er denn zuhören über fortnite auch ne machst du das in fortnite oder nicht hallo denkst du wie soll ich sonst machen dann musst du das Spiel aber ein Lied aber auch abspielen Meister ne ja warte was für ein Lied an O Tannenbaum oder ich dachte für Karara oder Roni für Karara ich fahr mit den Linien da ist ein Auto Bus ich fahr mit den Linien an Bus genau Sophie ist mir auch gerade und die Karara so langsam durch Schnee Frostgefahr sie müssen sich mal heilen kann ich nie warum war ich nicht mal ab nur Munition wie hin lässt lass zum lift möchte damit hochfahren und fahren ruht ist gut streut aber investiert nicht berührt der Lef, warte auf mich, warte, ich will mit, tschüüüü, ich sag eh nix, ne, wir müssen mich, ne, fällt außerhalb der Zonen dann, unge, das blödes Auto, kein Gummi, hat er überhaupt noch Gummi, Gummi, hui, wohin, da wo Platz ist. Ein bisschen spaß haben, schön abspritzen, die Tour. Hast du gehört? Ja. Bitte wiederholen. Was wollen Sie abspritzen? Na, ich hab gesagt, da spritzen wir schon die Tour. Ja, genau. Und wuuuuh. Ui, ich spritzt. Wo gehst du hin? Warte, da wo geschießt das. Klatsch. Siehst du? Ah. Ach, natürlich. Ja, genau. Dein ist Level 300. Geh, guck, guck. Weiß der nix. Ja, aber doch, dass so besser ist als wir. Ne, wirklich. Ich konnte nicht mein Päckchen heute kommen, dass ich eine Idee heute anschließen konnte. Du. Mein Papa beschwert sich, dass ich nur 400 Watt verbrauche. Hä? Ist doch besser, wenn es weniger ist. Aber beschwert sich denn. Na, weil ich 400 Watt verbrauche, sonst verbraucht mein PC mal ja 200. Achso. Achso. Tut mir auch leid. Schön schadensfrohe Jücke. Musst du ja nicht bezahlen am Ende. Nö, doch nicht. 400 sitzen war das höchste. Bei mir hatte keiner auf dem Stromverbrauch. Ja, weil du kein Messgerät hast wie ich. Nö, warum auch. Denkst du, ich weiß warum ich das hier Ding hab? Nö. Frag ihn doch einfach mal, warum du das messen musst. Was drin sein muss. Ui. Alter. Nun reinstecken in den Mund die Eier. Rein stopfen. Ui's Eier direkt hinterher. Es gibt noch mehr rein, die Futterluge. Raus und gerade runter. Zum Befehl. Ja, genau da rein müssen wir. Aber wir landen schon zusammen hier. Alter, es kommen viele mit. Oh mein. Na, guten Tag. Mein Schal fall schon mal gerade in deinen Kopf drin. Schon reinstecken. Ja. Fuck me. Ei. Dann mach doch gleich das lange. Hä. Was denn? Wo boxt du mich schon wieder? Ja, hab ich nicht. Natürlich. Ja, ja. Ja. Beweis. 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 Haue ich die? Ja. Nö. Anzeige ist raus. Oh nein, wir müssen weit laufen. Klatsch. Hast du gehört? Ja. Was hab ich gesagt? Wollt laufen müssen. Ja. Hör zu. Dann suchen wir Auto. Auch wenn das nicht so vorkommt. Wollen wir ein Auto besser? Sofort. Ja. Bevor ich in der Luft gejagt werde von dir. Komm von mir. Mach nur so. Ich weiß von nix. Äh. Ich krieg das was ich gesagt hab. Ich hab den Auto gefunden. Ja. Bei mir ist denn auch ein Auto. Ja. Jemand hier kommt. Ja. Ja. Ich hab auch was gehört im Auto. Was bist du? Nö. Sonst siehst du ja das Auto Symbol. Oh nein. Rate mal welche Knarre ich hab. Ne Minigun. Ne Minigun. Die scheiße ist. Warum ist die scheiße? Die brauchen lange zum schießen. Bei dir? Ja. Irgendwer schießt doch mich. Ja. Dann auch da. Ist vor der Tür glaube ich. Ich hab ihn gesehen. Hab ihn. Hm man ey. Das ist ein Lappen. So hat er nicht gerechnet. Und wenn er diese Karte nimmt. Die ich jetzt gemacht habe für ihn. Ja guck. Wie sitzt du den auf dem Boden? Ja. Ja. Hier da wird dann auch dann gedespawnt automatisch dann. Der Kopf. Er stell mir vor ich kann den Gegner holen für ihn. Geht nicht. Oh ne. Bin scheiße. Warte. Danke. Wofür? Na für Anballerer. Ja. Sie haben mich angeballert. Sie haben den falschen getroffen. Warte die wird einmal vertauscht. Nimm du mal die Karte. Na ne. Lass uns mal liegen. Dann gehen wir. Ja. Äh. Naja. Ich bin langsam wie ein Bot. die roboten der lobby Level 73 bin ich. Macht sie bereit mit ihr Heier? Oh, ist das kalt? Ich weiß nicht, wird's kalt. Bei mir ist kalt, der Talon. Tja, meiner ist auch kalt. Muss man die Mikrowelle werfen. Dann mach. Machen die an drüben Breakdance? Warum? Guck dir mal da drüben an, die machen Breakdance. Ach, F4 kannst du Emojis machen übrigens. Klatschen. Lachen. Lachen. Ich meine Schnuggi. Da wo du nicht bist. Blöde Antwort. Ich meine das ja. Bei den Breakdancern. Ja, da war ich auch gerade bei den Breakdancern. Ja. Die waren aber sexy. Gut. Gefällt dir mal hin? Baby. Ja. Du wirst meine Nachricht aber antwortet drauf nicht. Ja, da muss man sagen, danke. Antwort, Fragezeichen. Das Essen kam gleich hoch. Und ich gerübst hab. Ja, genau. Bitte raus. Aussteigen. Und jetzt noch Kader. Und jetzt noch Kader. Diss Service ends here. Wichtig gewissern sie ihre... Please get off. Bitte gewissern sie ihre... Ach komm, vergiss. Was? Dies ist der letzte Halt. Bitte vergewissern sie sich alle Herbstähigkeiten mitzunehmen, wenn sie aus dem Bus aussteigen. Oder wir dürfen kein Lenkrad verwenden. Für Bus Simulator 2008. Warum? Na, vielleicht hier stört das Spiel für... Keine Ahnung. Weiß wie ich das meine? Ja, ja. Ich glaube da Multiplayer. Dann wollen wir was austesten? Ui, testen. Da kommen ganz viele mit. Ich bin auf dem Dach gelandet. Fick dich. Ui. Ey, Spiel, lad mal nach. Die Bodentextion sind grisselig. Und scharf. Ja, bei mir auch. Das Spiel kommt noch nicht hinterher. Ja. Der Pizze mag dich nicht. Ui. 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 Ja. Ich habe nie meine Waffe. Ui. 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 Super zweimal. Was soll ich denn machen? Haben die mit der Waffe? Hatte ich auch können lassen. Ob du treffen kannst, weiß ich ja nicht. Ich habe ja keine Waffe. Oh. Dann hab ich doch sterben. Oh Mann, sind die dumm. Sind das 5,6 Millimeter? Ne, 7,6. Warum? Ach du so. Guck mal, kann ich im Mund zukleben? Guck mal, ich habe ein Wort. Ach, hier bist du. Hast du die Karte? Ja. Warum lootest du mich? Hey. Ich habe einen Löffel mitgenommen. Kriege ich den Vito? Nee, ich habe wieder Goldabschon. Ich muss nur sagen, wo ich hin muss. Ja, das wisst ihr auch jetzt mal gerne. Da muss so ein Dings sein, so ein Turm. Ach, da weißt du welchen du meins, oder? Ja, das ist ein Satellit. Ja. Dieser muss das sein. Ja, genau. Da ist einer. Die Frage ist nur, ob ich da hinkomme. Ohne gestürzt zu werden. Das ist unbeschadet. Ich weiß nicht, ich kann morgen meine LED. Komm. Ja. Nur die Frage, wo ich es anklemmere. Weiß ich nicht, bei mir hat man noch einen Tisch gepackt. Ui, ein Tisch. Oder was meinst du jetzt? Mal noch einen Tisch? Oder was meinst du, USB-technisch oder was? Nee, hier. Da wurde die LED getestiert. Na unten am Tisch habe ich die fest montiert. Wo die alte war. Ach so. Und noch einen Tisch. Gute Idee. Kannst du machen, wie du möchtest? Ja, das sind meine Eltern ja nicht. Das sind die LED, die man die LED nicht sehen soll. Ja. Meine Eltern sagen, ich darf ja keine LED haben. Warum? Weil es zu viel Strom essen. Da kann ich da unteren Tischplätzchen überall. Ja, wenn es auch nicht sieht man es aber. Da mache ich es aber vorher aus. Weiß wie ich das meine Studio gucke? Nippts. Da nicht schießen. Das ist der blöde Gegner. Einfach mich holen, bitte. Mach einfach. Er sieht mich nicht mal. Ist der dumm. Oh oh. Ist der dumm. Ja, das ist wirklich dumm. Kommst du jetzt wieder rein ins Spiel? Nee. Hier steht Blueclap erfolgt Regiske. Einsteigen ins Flugzeug in 261 Minuten. Ja, aber 4,5 Minuten. Musst du warten. Na klar. Ist aber auch beschissen. So lange musst du jetzt überleben. Das ist aber kacke. Wenn du verreckst? Ja, gut. Gut. Und er läuft gar aus der Zone. Oh, ne, die hat mich nicht mehr gesehen. Bin offensichtlich an ihm vorbeigelaufen. Muss ich irgendwo campen solange. Ja, aber hinlegen. Im Bus verstecken. Aber in der Zone natürlich. Natürlich. Und nicht in der Stadt. Ja. Das sind jetzt Lungermits mit Gegnern. Na. Na toll. Weiß ich mich nicht mal, wo du landest. Wir sind Stein. Ist ja auch in der Zone. Äh, nee. Kann man nach Hause sagen. Kann man nach Hause sagen. Weiter. Ja, dein Gebüsch kannst du verstrücken. Welchen Gebüsch? Na ja, da. Warte. Hinter den Stein. Warte. 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 D-Vorkrappeln ein bisschen. Warte. 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 Jetzt da muss, jetzt reicht. Da kann du es nicht absichtlich. Nö. 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 Wenn die Gegner da bleibt ruhig liegen. Sie sind nicht keine Sorge. Na doch, ist halt bisschen wenig Gebüsch. Ach, ist egal. das jetzt 2 minuten 20 da ist die zone dann auch ende ja was ja perfekt ja wahrscheinlich absicht mit der zone ja das ganze in der neuen zonen dann oder war der dumm der gegner hast den club gemacht aber ich habe ähnlich wie auch das dem bleibt vor allem war ja so laut da hat er eine chance gehabt ja ich habe mich auch abhalten können davon aber wir können ja jeder klick noch mal lust wie du und geschossen oder versteckt die 100 den form immer recht ja oder ja und den form weil es ein auto kommt dass du dich nicht umformt ja genau diesen form dann ist er drunter ja ja genau das ist so ja heute ein gegner kommen sollte die umfrauen möchte guck so geht dann ja genau musst du ja gleich einsteigen können wir das flugzeug oder ja wahrscheinlich muss ich ja und dann gehst du drauf wieder und dann darfst du mich noch mal holen das ist nur komische land ist ein bisschen das hier wo ich gerade bin da muss ich auch mal gucken warte da mache ich meine markierung wurde kommt ein auto tatsächlich ich möchte dich mal um bitte ich höre es nur aber nicht auf der straße der grad liege irgendwo hinten hinter dem turm in dem berg sogar ich habe es nur gehört nicht gesehen ja jetzt müsste einsteigen können ja ja ein flugzeug ja die markierung da liege ich hast das absicht gemacht markierung ach ich bin da unsere zone du müsstest kommen du müsstest kommen warum bist du gelandet noch nie muss ich da rein aber ich den auto oder auch nicht war nur müllhalter ich hab mir die augen offen was ich finde zum fahren die sind nur schrotter hauses ich schaff's glaube ich nicht innerhalb einer minute rüber zu gehen dann wirst du auch knüppeln auch zumindest schon mal kann es dazwischen mal kurz auf der augen offen halten wird der mark hat zumindest oben ja ich weiß sie noch nicht die entfernung auch 150 steht da also das nicht die entfernung sondern das sind die koordinaten oben ja wenn es nicht schaffst dann so joko wird schwierig ich habe nur zehn sekunden das haben die zonen schon zumindest schon ob salat habe ich nicht können energie trinken energie booster ja könnte dir helfen bis weil ich wollte direkt zum hier zum zone ach so bis jetzt rausgeworfen wurden ja also sieht der markierung schon mal ich auch den namen ja ich sehe dann aber auch leider noch nicht im spiel können aber sagen dass in der neuen zone bildung ist hinter mir da muss aber gleich war doch hin das wird lustig jetzt da schaffst du also leuten ding ja die neue zone schaffe ist ja hast du glück gehabt ich länger gebraucht nicht mehr erst jetzt ausgesehen erst auf töpfchen ja dann die pause gibt es hier nicht online spiele kann kein pause durch weiß rennt gleich weiter zu mir ja ich hörs hat er damit nur angeschossen wirklich getroffen aber wir zwei müssen weit laufen zum mann auto wenn ich nicht wirklich getroffen der idiot mehr sehen auch da bist du wo ist denn der penner ab ihn er muss ja noch sein er schießt ja die ganze zeit mich ja ich sehe ihn zehn hat gar nicht ab ihn na komm lass weiter ich habe immer zum heilen er schießt immer noch immer auf mich jetzt müssen wir aber rennen ja bin verwundet soll ich dann deine sachen mitnehmen ja ja ich kann dich nicht holen das scheiße ja ich habe nichts gemacht wir müssen aber gleich direkt weiter kann mich nicht heilen so problem komm erstmal mit wir laufen ja wir schaffen das doch wir können nein aber knapp nur neunz ohne oder schaffen wir das was sagst du wenn uns nix alles auffällt auch könnte was werden ja dann rennen wir aber ein bisschen weiter ok gehört ja warte was ist hier ne sind keine waffen die ich eigentlich auch nur eine waffe auch nur eine waffe tatsächlich ja wir haben es geschafft warte mal kurz komm mit da drüben kommt ein auto und siehst du vielleicht das auto das auto ist angeschlossen aber nachher erfahren hier vorbeigefahren ist also an uns das auto bräuchte ja du bräuchst es auch was zum heilen baby habe nix hier ist was nimm du den dann habe ich auch nichts mehr das ist aber gleich richtig weit laufen mit hat zwei kölz und du brauchst ja nur tab drücken und werden zeit laufen 0 hast du 56 mm das geht das kann der dank knapp nicht Der Mann, hat 10 gelegt. Was gibt er? Das ist ne Bombe? Der ist C5? C4? Wahrscheinlich. Nicht, du wirgst. Boah. Boah hohohohoho. Junge, ich bin ja voll mir doch reingelaufen! Ja. war c4 glaube ich ja es auch zu den englischen müssen das piepen gehört nicht wir sind schon mal in die nächsten zone drin ich bin voll immer schieße rund wir gehen ins haus rein ist ein auto ach natürlich bestätigen so hier guck na genau ich bin schon seit einer stunde in der aufnahme ganz lange naja geht ja noch freunde ich sag mal die aufnahmen bis gleich tschüss